Folgen den Schlepperschiffen im Mittelmeer künftig Ansiedlungsflüge im Auftrag der Bundesregierung? Dies deutete Kanzlerin Angela Merkel in dieser Woche an. Und damit herzlich willkommen zu die Woche Kompakt. Das sind unsere Themen. Tod im bunten Berlin. Wenn ein Baumstamm aus dem Fenster fliegt. Das ist wie Mord und Totschlacht da. Das war schon oft der Wettlose gewesen. Wege übers Mittelmeer. Was wirklich hinter den EU-Grenzplänen steckt. Um dann auch mal zu legalen Mechanismen zu kommen, also Flüchtlinge aufzunehmen, die vom UNHCR empfohlen werden. Ein Jahr schwarz-blau. Exklusiv-Interview mit Martin Sellner. Es wurden allerdings einige Akzente gesetzt im Bereich der Abschiebung. Globale Eliten gegen Arbeiter. Ein patriotischer Gewerkschafter klagt an. Und die, die noch in Beschäftigung sind, die das Glück haben, dass sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, merken den Druck, der über die Globalisierung kommt. Im Geiste Kudenhof-Kalergi. WN SPD und Union nach Brüssel schicken. Er hält seine Reden im Parlament eigentlich prinzipiell auf Englisch mit starkem Akzent. Ein Zehnjähriger wirft einen Holzklotz aus einem Hochhaus im Märkischen Viertel in Berlin. Das 15 Kilo schwere Geschoss trifft den 8-jährigen Ibrahim. Der Junge ist sofort tot. Der Fall wird keine juristischen Folgen haben, denn der Täter ist strafunmündig. Aus Angst vor Blutrache wurde er mit seiner Familie in Sicherheit gebracht. Viele Anwohner sind entsetzt, aber nicht überrascht. Dass Gegenstände ohne jede Rücksicht aus dem Fenster geworfen werden, gehört gerade in Ibrahims Haus seit drei Jahren zum Alltag. Hat sich der Täter den neuen Alltag im bunten Berlin zum Vorbild genommen? Trauer, Entsetzen, Fassungslosigkeit. Auch Tage nach dem Tod des 8-jährigen Ibrahim ist für viele Menschen im Märkischen Viertel kein Alltag in Sicht. Manche Anwohner meinen, die Tragödie war wohl nur eine Frage der Zeit. Vor vier Wochen, ich komme vom Einkaufen hier gerade rüber und gehe hier um der Ecke zu meinem Haus, also bin gerade vom Eingang und da fiel hinter mir eine große Mülltüte runter. Ja, und ich habe noch Glück gehabt. In den 60er Jahren entstand das Märkische Viertel als Großsiedlung am Rande Westberlins. Günstige Mieten und viel Grün zogen viele Familien an. Reich waren die Leute hier nie, doch wer hier aufwuchs, hat keine schlechten Erinnerungen. Gerade als Immigrantenkind, finde ich, ist meine Meinung, das Märkische Viertel optimal. Ich bin hier mit Deutschen aufgewachsen, genauso mit Jugoslawen oder mit Polen. Und die Einheitssprache war halt Deutsch. Doch das MV, wie die Bewohner ihr Viertel mit seinen rund 50.000 Menschen nennen, hat sich verändert. Besonders in den letzten drei Jahren. Das Haus, in dem Ibrahim wohnte, soll besonders betroffen sein. Das ist wie Mord und Totschlag da. Da ist schon oft was los gewesen. Und die schmeißen ja alles aus den Balkons, alles. Wird alle draus geschmissen. Ich wohne hier hinten, das kleine flache Haus, was dahinter ist, zur Bahn hier zu. Da schmeißen die abends um halb elf nach Kochtöpfe raus mit Essen drin. Ich wurde auch schon mit Eiern beschmissen mit meinen Kindern von den Häusern hier. Die haben einfach Eier auf uns geworfen. Es werden Stöcker rausgeschmissen. Oder auch Müll auf dem Fensterbrett von meinen Kindern liegen öfter mal benutzte Windeln oder andere Sachen. Und nicht nur das. Hier ist auch eine Schießerei passiert dann vor kurzem. Ja, durch dieses ganze Multikulti haben die wenig Respekt. Das verdient die Leute gegen anderen über, anderen Leuten gegenüber. Und ja, das ist sehr schlimm hier auf jeden Fall. Ich würde die Gegend meinen, wenn man es könnte. Die Schießerei ereignete sich Anfang August vor dem tschetschenischen Kulturverein. Im Fall des getöteten Ibrahim will die Polizei den Täter kennen. Der 10-Jährige soll den Baumstumpf, der zuvor wochenlang auf einer Wiese lag, ins Haus getragen und über eine Balkonbrüstung gewuchtet haben. Ob ein Kind dazu überhaupt in der Lage ist, bezweifeln manche Anwohner. Ja, ich habe auch gefragt, warum dieses 10-jährige Kind kann nicht alleine hochtragen. Vielleicht seine Mutter oder Vater, warum getragen, vielleicht Sitzgelegenheit, kann alles passieren. Das Märkische Viertel. Für viele seiner Bewohner ist es immer weniger eine wirkliche Heimat. Ich sage mal, unsere Türken, die liebe ich. Ich wohne auf dem Protest mit vier Mietern, ja, und zwei davon sind Türken. Und ja, die sind alle toll und gut, aber was danach kommt, viel mit Bart und so. Das Haus und das um die Ecke, das. Die sind hier nicht, was hier hinter steht. Eine Deutsche wohnt da drin und alles andere Ausländer. Ist das nicht schlimm? Alles wird reingeholt und wenn wir zahlt, wir von der Steuerheilung, kriegen alle vom Staat die Geld. Also ich und meinen Mann überlegen jetzt auch hier wegzuziehen. Nicht nur ich, viele. Heute Morgen habe ich mich mit zwei Frauen unterhalten. Viele wollen hier wegziehen jetzt und haben auch Angst um ihre Kinder. Und schicken die erstmal nicht alleine raus natürlich, weil man weiß nicht, passiert sowas nochmal. Für Ibrahim ist es dafür zu spät. Noch Anfang der Woche wurde seine Leiche nach Tschetschenien überführt. Mal ehrlich, man ertrinkt doch in der Informationsflut des Internet. Was wir alle suchen, ist journalistische Qualität mit nachprüfbaren Quellen. Deswegen gibt es jetzt das digitale Abo von Kompakt Magazin. Mit dem digitalen Abo haben Sie Zugang zu den Inhalten unserer jeweiligen Monatsausgabe eine Woche bevor diese Ausgabe in Ihrem Briefkasten ist. Abonnieren Sie jetzt Kompakt Magazin und erhalten Sie im Doppelpack die Druckausgabe und den Premium Online Zugang. Bis zu zwei Drittel der Afrikaner würden gerne auswandern. Viele nach Europa. Das ergab eine statistische Erhebung im Frühling. In Brüssel hat das Gipfeltreffen der Europäischen Union jetzt Maßnahmen gegen die illegale Migration beschlossen. Doch anscheinend sind es vor allem Beruhigungspillen für die Bevölkerung. Denn der Plan hat Lücken. Und Kanzlerin Angela Merkel denkt bereits öffentlich darüber nach, weitere Einwanderer über Umwege nach Deutschland zu holen. Auf dem EU-Sondergipfel in Salzburg verbreitete Österreichs Kanzler Sebastian Kurz vor einem Monat Optimismus. Ein neues Abkommen mit Ägypten sei ein schwerer Schlag gegen die illegale Migration im Mittelmeer. In Brüssel meldete der Chef der schwarz-blauen Koalition nun selbstbewusst Vollzug. Die Zahlen der illegalen Migranten sind um 95 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 gesunken. Und die Zusammenarbeit mit den Transitländern funktioniert immer besser. Ägypten stellt sicher, dass keine Schiffe mehr nach Europa aufbrechen. Tatsächlich ist die Zahl der Neuankömmlinge drastisch gesunken. Auch aus den von Kurz genannten Gründen. Doch die zur Schau gestellte neue Einigkeit der EU-Staaten wirkt dennoch eher wie eine mühsam gezimmerte Fassade. Etwa in der Frage der sogenannten Anlandezentren, de facto Rückführungslager, die auch Wien befürwortet. Der luxemburgische Regierungschef konnte sich einen vergnüglichen Kommentar nicht verkneifen. Ja, jeder findet es eine tolle Idee, aber keiner will sie bei sich haben. Das macht es schon kompliziert. Auch beim Thema Dublin-Übereinkunft scheint sich eher eine halbherzige Lösung anzudeuten. Den wohl feststehenden Verzicht auf die aber ohnehin nicht eingehaltenen Ansiedlungsquoten bezeichnete der Kanzler als Rückkehr zur Solidarität. In der internen Debatte innerhalb der Europäischen Union ist es meiner Meinung nach notwendig, aus der Sackgasse herauszukommen. Das bedeutet nicht mehr Streit um die verpflichtenden Quoten, sondern einen Ausweg. Und da werden wir vorschlagen, dass wir statt der verpflichtenden Quoten den Weg der Solidarität gehen. Das bedeutet, dass jeder einen Beitrag leistet, dort wo er das kann. Das sieht der Präsident des EU-Parlaments, Antonio Tajani, zwar im Kern genauso, doch er hat auch noch einige weitere Ideen. So sollte die Dublin-Reform per Mehrheitsbeschluss entschieden werden. Widerstand etwa von Seiten Italiens oder der Visegrad-Staaten würde auf diese Weise ausgehebelt. Und Länder, die keine Siedler aufnehmen wollen, sollen kräftig zur Kasse gebeten werden. Keine Peanuts, wie Tajani betonte. Wir brauchen mehr Solidarität. Ich verstehe die Wünsche der Visegrad-Staaten, aber auch den Unterstützern der Dublin-Reform. Wie ich es schon gesagt habe, wenn du gegen Umsiedlung bist, dann wirst du bezahlen. Keine Umsiedlung, mehr Geld, etwa für einen Aktionsplan in Afrika. Das scheint mir ein gangbarer Kompromiss bei den Dublin-Reformen. Für die Bundesregierung scheint der Kompromiss dennoch keine optimale Lösung zu sein. Denn zumindest der seit Herbst 2015 laufende Zustrom wäre damit erst einmal gestoppt. Wie andernorts dennoch eine neue Tür aufgehen könnte, darüber machte sich Kanzlerin Merkel auf ihrer Pressekonferenz in Brüssel bereits erste Gedanken. Und deshalb haben wir das gemeinsame Ziel, die illegale Migration, die durch Schleuser getriebene Migration, natürlich zu reduzieren und möglichst klein zu haben, um dann auch mal zu legalen Mechanismen zu kommen, also Flüchtlinge aufzunehmen, die vom UNHCR empfohlen werden. Und davon dürfte es auch in Afrika reichlich geben. Am 15. Oktober 2017 wählten die Österreicher einen neuen Nationalrat. Im Ergebnis bildete sich eine Koalition aus konservativer Volkspartei und der freiheitlichen FPÖ. Seither fährt Wien einen kritischen Kurs gegen die Masseneinwanderung. So wurde etwa das Kindergeld auf die in den Heimatstaaten von Migranten übliche Höhe begrenzt. Auf der anderen Seite stehen umstrittene Entscheidungen wie die Verlängerung der möglichen Arbeitszeit auf 12 Stunden am Tag. Kompakt TV hat den Chef der Identitären Bewegung Österreichs Martin Sellner gefragt, wie er das erste Jahr der schwarz-blauen Regierung einschätzt. Ich glaube, dass die Regierung sich erstmal etablieren muss. Das ist eine komplizierte Sache. Die gesamten Medien sind gegen sie. Es wurden allerdings einige Akzente gesetzt im Bereich der Abschiebung, der Kontrolle bis hin zur De-Islamisierung von radikal-islamischen Strömungen. Das sind gute Zeichen, gute Aspekte. Allerdings glaube ich, dass die Regierung sich ein bisschen zu sehr von den linken Medien vor sich hertreiben lässt, die eine künstliche Empörung in Österreich erzeugen. Ihre Umfragewerte sind nach wie vor gut. Und wir werden sie in ein, zwei Jahren daran messen, wie viel sie tatsächlich an Illegalen abgeschoben haben, die Grenzen gesichert haben und damit ihr Wahlversprechen eingehalten haben. Kann Österreich quasi der nächste Visegrad-Staat werden, jetzt unabhängig, ob er in diese Organisation formal eint? Wir hoffen alle, dass Österreich ein Fenster wird für die Zukunft Deutschlands. Dass Österreich quasi sowas wie damals die BRD für die DDR, das ist, woran sich Deutsche orientieren können. Und sehen, dass man auch als westeuropäisches Land, das sich für Multikulti entschieden hat, einen Ausweg finden kann, das rückabwickeln kann, ohne dabei in katastrophale Zustimmung zu verfallen. Österreich ist nach wie vor ein demokratisches Land, aber ein patriotisch-demokratisches Land. Und ich hoffe, dass Österreich sich in Richtung Osten orientiert und ganz Europa mitziehen wird. Nach der letzten schwarz-blauen Koalition, da ist die FPÖ quasi zerfallen in zwei verschiedene Parteien. Und es hat stark nachgelassen. Was sind die Unterschiede von der damaligen und zur heutigen Regierung? Oder sind es vielleicht gar nicht so große Unterschiede? Das ist eine sehr wichtige und interessante Frage, weil auch nach wie vor jetzt sehen wir, dass die FPÖ in den Umfragewert ein bisschen gesunken ist, als klassische Protestpartei, während die ÖVP stark und hoch bleibt. Allerdings ist es sehr unterschiedlich. Denn die FPÖ ist wesentlich besser vorbereitet, hat wesentlich bessere Leute und hat vor allem eine klare, geschlossene Basis. Ein gutes Team an Leuten, die gut zusammenarbeiten, die mit Kickl und Strache auch einen Plan, eine Agenda haben. Und auch innerhalb der Regierung, trotz aller Angriffe und Spaltungsversuche von außen, scheint es eine gewisse Stabilität zu geben. Also ich nehme an, dass die Regierung, die immer noch auf 60 Prozent beliebter ist, trotz einem inszenierten Skandal nach dem anderen, der in der Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen wird, ob zwar Stundentage oder Liederbücher oder BMI-E-Mails, in zwei Legislaturperioden wirklich auch Akzente setzen kann. Einer der wichtigsten und auch für uns interessantesten ist, dass sie tatsächlich wirklich sehr konsequent linken, linkextremen Vereinigungen, Thinktanks, Zeitschriften ihre Gelder kürzen und auch nicht mehr in den ganzen linken Mainstream-Presse-Medien inserieren. Da gab es ja jetzt eine E-Mail, die irgendwie durchgesickert ist. Man soll einigen Zeitungen nur so viel Auskunft geben, wie es das Gesetz halt verlangt. Ist das eine kluge Sache gewesen? Es ist eine völlig normale Sache gewesen. Jede Regierung bevorzugt gewisse Medien. Solche Anweisungen gibt es immer nur. In dem Fall wurde sie halt geleakt, weil tatsächlich in der Verwaltung noch viele gegen die FPÖ arbeiten. Allerdings stand in der E-Mail auch, was viele unter den Tisch kehren, dass jetzt auch ganz gezielt die Herkunft der Täter genannt werden soll, was vor Ort zum Teil nicht passiert ist. Also in dem Fall ist es so, dass die Öffentlichkeit in Österreich, insbesondere die Kernwähler von FPÖ und ÖVP, den Inhalt der E-Mail sogar eher gut finden und diejenigen, die sich hier ganz groß empören, in ihrer Empörungs-Enklave eigentlich ziemlich alleine sind. Ihr habt vor einem Jahr seitdem mit dem Schiff auf dem Mittelmeer gefahren, um zu protestieren gegen die NGO-Schiffe. Es gibt jetzt keine NGO-Schiffe im Mittelmeer, jedenfalls nicht im Zentralen. Es gibt im Gibraltar, glaube ich, noch ein oder zwei. Ziel erreicht? Absolut. Mission erfolgreich. Und sogar unsere Gegner und Experten müssen zähneknirschend eingestehen, dass wir eigentlich mit der Mission die Agenda gesetzt haben, die jetzt Salvini durchführt. Ich muss sagen, ein gewisses Gefühl der Genugtuung, dessen kann ich mir nicht erwehren, wenn ich sehe, dass jetzt die NGO-Schiffe nicht mehr nach Malte einreisen dürfen, nicht in Italien anlegen dürfen, dass es ihnen nach einem Jahr genauso geht, wie uns damals als Avantgarde von Salvini's Politik. Schlag auf Schlag setzten wir Sozialdemokraten unsere wichtigsten Vorhaben durch. Mit diesen Worten prallte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles in dieser Woche im Bundestag. Viele Arbeitnehmer in Deutschland könnten das durchaus als Drohung empfinden. Denn seit 20 Jahren verfolgt die SPD nach Ansicht von Kritikern eine neoliberale Agenda. Darüber können auch die aktuell guten Zahlen des Arbeitsmarktes nicht hinwegtäuschen, meinen zumindest patriotische Gewerkschafter. Deutschland, ein Paradies für Arbeitnehmer. Ein Land, in dem alles immer besser wird. Diesen Eindruck vermittelte jedenfalls Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Donnerstag im Bundestag. Ich habe eben darüber gesprochen, dass wir eine ausgezeichnete Lage am deutschen Arbeitsmarkt haben. Monat für Monat kriegen wir tolle Zahlen aus Nürnberg. Den höchsten Stand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, die zweitnädrigste Erwerbslosenquote in der Europäischen Union. Falsch sind diese Statistiken sicherlich nicht. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sank die Zahl der Erwerbslosen im September auf nur noch 2,26 Millionen. Die Tariflöhne stiegen im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent. Doch der Eindruck vom sozialen Aufschwung für alle täuscht, meint zumindest Oliver Hillburger von der Gewerkschaft Zentrum Automobil. Ich mache das an dem Fest, dass wir uns jetzt leisten in Deutschland. Kürzlich wurde die Zahl genannt. 40 Prozent der Rentner müssen mit weniger als 800 Euro auskommen. Und das ist in der heutigen Zeit. Und die, die noch in Beschäftigung sind, die das Glück haben, dass sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, merken den Druck, der über die Globalisierung kommt, über Auslagerung, über Fremdvergabe. Hinzu kommt, dass sich die soziale Schere vor allem für Geringverdiener immer weiter öffnet. Darauf deutet zumindest der am Mittwoch veröffentlichte Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz. Demnach habe sich der Anteil der Beschäftigten, die trotz Arbeit ein Leben in Armutfristen, auf 9,6 Prozent erhöht. Besonders problematisch seien die 7,5 Millionen Minijobs. Hinzu kommt, dass die Zahl der Leiharbeiter in den letzten 20 Jahren von 180.000 auf über eine Million gestiegen ist. Und dann werden eben Stammbeschäftigte ausgespielt gegen Leiharbeiter, die keine Rechte mehr haben. Die aufgrund von Ausstiegsklauseln in Gesetzgebungsverfahren und in Tarifverträgen 48 Monate teilweise noch länger einer kompletten Ausbeutung anheimfallen. Und sind im Prinzip willfähig abhängig von den globalen Eliten in den Konzernen. Kritiker sehen darin nicht zuletzt eine Folge neoliberaler Deregulierung, die insbesondere unter der SPD-Grünen-Regierung ab 1998 deutlich Fahrt aufnahm. Demnach hätten nicht zuletzt die Harz-Gesetze für vermehrten Druck gesorgt, auch Billigjobs anzunehmen. Für die linke Opposition im Bundestag bis heute ein Unding. Meine Fraktion und ich fordern, dass die berufliche Weiterbildung im SGB II massiv ausgeweitet wird, anstatt die Menschen mehr und mehr in unsichere und schlecht entlohnte Arbeit zu drängen oder ganz von der Erwerbsgesellschaft auszuschließen. Auf der anderen Seite des Plenarsaals ist die Haltung dagegen weniger einig. So vertreten Teile der AfD dezidiert wirtschaftsliberale Positionen. Dagegen betonte Thüringens Landesvorsitzender Björn Höcke mehrfach. Es ist tatsächlich so, dass der Neoliberalismus als gescheitert bezeichnet werden muss. Die Verwerfungen, die er produziert hat in den letzten Jahrzehnten, sind entsetzlich und nicht länger hinnehmbar. Ein innerparteilicher Richtungskampf, der noch lange nicht abgeschlossen scheint. Für den Gewerkschafter Hilburger gibt es im Kampf gegen Ausbeutung am Arbeitsplatz jedoch noch ein ganz anderes Problem. Die internationale Solidarität als Kampfbegriff der linken Gewerkschaften funktioniert im eigenen Betrieb schon nicht, wenn Stammarbeiter und Leiharbeiter nicht an einem Schrank ziehen können, weil sie per Gesetz gegeneinander gestellt sind. Der Leiharbeiter hat keine Möglichkeit, sich zu helfen, sie ist arbeitslos. Doch dieses Thema wird von der Großen Koalition bislang konsequent ignoriert. Ein halbes Jahr vor der Wahl des neuen EU-Parlaments stehen die Spitzenkandidaten der beiden Regierungsparteien fest. Die SPD schickt Justizministerin Katharina Barley ins Rennen. Martin Wille-Mertens steht jetzt vor der SPD-Zentrale in Berlin. Martin, die Nominierung von Barley hat viele Beobachter überrascht. Was bedeutet diese Entscheidung? Ja, Kathrin, diese Nominierung, die zeigt zweierlei. Zum einen die SPD, sie befindet sich weiter auf dem Kurs ganz nach unten. Aber die Vorsitzende Andrea Nahles, sie hat weiter die Macht. Zunächst mal war ja geplant, Martin Schulz durch eine Kandidatur für Brüssel elegant loszuwerden. Aber das war dann offenbar nicht mehr nötig. Dann hieß es, dass Juso-Chef Kevin Kühnert diese Position angetragen worden wäre. Das dementiert Nahles allerdings. Und jetzt Katharina Barley. Die wollte auch nicht, die wollte gerne Justizministerin bleiben. Aber man hat sie anscheinend so lange bearbeitet, bis sie schließlich ganz freiwillig natürlich und mit einhelliger Zustimmung des Parteivorstandes zustimmte. Barley selber wurde ja in einer Blitzkarriere innerhalb der SPD bekannt. Sie wurde protegiert vom damaligen Vorsitzenden Sigmar Gabriel, der sie als Generalsekretärin nach Berlin holte. Sie war vorher in Rheinland-Pfalz. Sie hatte dann kurzzeitig mehrere Ministerposten inne. Sie liebäugelte mit dem Posten der Außenministerin, aber sie wurde dann degradiert ins Justizministerium. Aber sie hat immer noch genug Anhänger und genug Rückhalt in der SPD, dass sie an Andrea Nahles irgendwann einmal gefährlich werden könnte. Und das fällt jetzt natürlich weg. Bei ihrer Vorstellung bezog sich Barley auf das Heidelberger Programm der SPD von 1925. Dort forderte die Partei die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Ist das ein Vorgeschmack ihrer EU-Politik? Also das trug ja nun schon fast kabarettistische Züge. Ein uraltes, kaum mehr bekanntes Programm der SPD zu zitieren, um überhaupt irgendetwas Europapolitisches sagen zu müssen. Nein, Katharina Barley hat keine Vorstellung von Europa. Sie ist keine Europapolitikerin. Man sieht diese peinlichen Versuche jetzt, ihre Biografie in den Vordergrund zu stellen. Der britische Vater, das Studium in Paris, der ehemalige spanische Lebensgefährte. Das mag die Traumbiografie eines Erasmusstudenten sein. Aber das ist natürlich keinerlei politische Aussage. Die selbst wäre gerne Justizministerin geblieben. Jetzt muss sie in die Europäische Union wechseln. Sie wird sich da sicherlich in irgendeiner Weise durchwurschteln. Aber inhaltlich kann man von ihr nichts erwarten. Sie will ja auch Ministerin bleiben bis zu den Europawahlen. Das heißt, sie hat nicht vor, sich in den nächsten Monaten in irgendeiner Weise EU-politisch zu profilieren. Die Union hat den stellvertretenden CSU-Vorsitzenden Manfred Weber zu ihrem Spitzenkandidaten gekürt. Wer ist der Mann eigentlich? Ja, Manfred Weber, das ist so eine Art CDU-CSU-Variante von Martin Schulz. Er sitzt seit 2004 im EU-Parlament, ist also deshalb in Deutschland kaum bekannt. Aber er ist ein knallharter EU-Politiker. Er hält seine Reden im Parlament eigentlich prinzipiell auf Englisch mit starkem Akzent. Das ist unüblich, die Abgeordneten sprechen dort normalerweise ihre Muttersprache. Aber es ist natürlich ein starkes Zeichen an die kosmopolitischen Eliten. Er ist Bayern-Vorsitzender der Pan-Europa-Union. Das sind die härtesten Lobbyisten für einen europäischen Superstaat. Sie gehen zurück auf Guttenhof-Kalergi. Er ist einer der führenden Lobbyisten und Vertreter der Sanktionen gegen Russland. Manfred Weber ist hier auch außersehen für den Posten des EU-Kommissionschefs als Nachfolger von Jean-Claude Juncker. Und ich bin sicher, die EU-Eliten werden sich denken, mit Weber auf diesem Posten ist uns wohl ums Herz. Das NATO-Manöver Trident Juncture nimmt Fahrt auf. Nun hat die Kriegsallianz ihre größte Übung seit 1990 auch auf Island ausgedehnt. Diese Bilder zeigen US-Marines bei ihrer Landung am Flughafen Keflavik in dieser Woche. Die Atlantikinsel verfügt über keine reguläre Armee, unterhält jedoch militärische Verbände unter anderslautenden Bezeichnungen. Offiziell startet Trident Juncture am 25. Oktober mit Soldaten aus 29 NATO-Staaten, so wie Schweden und Finnland. Und das war's für heute von die Woche kompakt. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Am kommenden Sonntag sind wir wieder für Sie da. Bis dann!